Verfassungsschutzgesetz. Warum ist es ein Problem, wenn Journalistinnen und Journalisten ausspioniert werden können? Oft sind sie als ein vermeintliches Software-Update getarnt. Mit sogenannten Trojanern können Personen unbemerkt in ein fremdes Smartphone eindringen. So bekommen sie Zugang zu gespeicherten Dateien. Selbst verschlüsselte Nachrichten können dann mit gelesen werden. Viele Polizeibehörden rund um die Welt nutzen diese Technik bereits, um Straftaten aufzudecken. Vor allem in repressiven Staaten führt dies jedoch oft zu Menschenrechtsverletzungen. Schadsoftware wurde in vielen Ländern gegen Oppositionelle und Medienschaffende eingesetzt, so zum Beispiel in Myanmar oder der Türkei. Der Einsatz solcher Überwachungsprogramme in Deutschland ist sehr umstritten. Seit 2017 gibt es eine gesetzliche Grundlage für die Nutzung von Trojanern durch die Polizei. Ein Richter oder eine Richterin kann den Ermittlungsbehörden deren Einsatz bei begründetem Verdacht auf schwerste Straftaten erlauben. Ein 2020 eingebrachter Gesetzentwurf soll nun auch den deutschen Nachrichtendiensten die Möglichkeit zum Hacken von Computern geben. Der Entwurf würde dies aber auf das Mitlesen laufender Kommunikation begrenzen. Dabei spricht man von einer Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Befürwortende sehen darin einen notwendigen Schritt, um beispielsweise extremistischen Personen auf die Spur zu kommen. Kritische Stimmen erachten dies jedoch als einen zu großen Eingriff in die Grund- und Menschenrechte. Denn Nachrichtendienste betreiben Gefahren früh Erkennung, sie müssen also keinen Richter von einem Straftatsverdacht überzeugen. Stattdessen erteilen ihnen geheimtagende Kontrollinstitutionen eine Erlaubnis, wenn dem Staat möglicherweise gravierende Gefahren drohen. Eine Straftat muss die Person, deren Gerät ausgeforscht werden soll, also noch gar nicht begangen haben. Reporter ohne Grenzen sieht aber kritisch, dass auch Medienschaffende nicht grundsätzlich von einer solchen Überwachung geschützt sind. Der Bundesnachrichtendienst hat in der Vergangenheit beispielsweise BBC-Reporter in Afghanistan bespitzelt. Auch der Verfassungsschutz hat deutsche Medienschaffende teils jahrelang beobachtet. Mit der neuen Hacking-Erlaubnis könnten die Nachrichtendienste noch deutlich mehr in Erfahrung bringen. Pressefreiheit setzt voraus, dass Medienschaffende und ihre Quellen vertraulich miteinander kommunizieren können. Können sie sich nicht darauf verlassen, kommen für die Öffentlichkeit wichtige Informationen über Missstände eventuell nicht mehr ans Licht.